Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hartwerke und wohl einem der interessanteren Mainboard-Videos in diesem Jahr. Und warum ist das so? Wir schauen uns ein Workstation-Mainboard von Asus an, und zwar das Asus Pro WS W97E Sage SE. Und ihr könnt schon sehen, das Board hat den Sockel 4.677, also nochmal eine Ecke größer wie Threadripper. Threadripper hat 4.094 Kontakte und ich kann euch eins schon mal sagen, das Board bietet so viele Funktionen. Wir werden leider das Board nicht testen, das kann ich euch schon mal sagen, aber wir werden uns anschauen, was kann das Board. Und wir werden auch einen Blick auf die Spannungsversorgung werfen. Wer sich jetzt fragt, warum teste ich das Ganze nicht? Ja, die CPUs sind sehr teuer. Ich hätte mir eine CPU für 400 Euro kaufen können, aber das wäre dem Board nicht würdig gewesen. Und richtig testen kann ich es auch nicht, weil das Board so viele PCXS 5.0 Slots bietet. Ich hätte nur die USB-Ports mir anschauen können und eventuell die M.2 Slots. Und das wäre es dann fast auch schon gewesen. Da muss man schon Xeon W3495X draufhauen, damit man wirklich schauen kann, reicht das Board denn aus, obwohl die CPU halt sehr teuer ist. Ihr könnt natürlich auch kleinere CPUs dafür nehmen. Allerdings würde ich dann eher das Ace empfehlen, da das Ace keine 1200 Euro kostet wie das Sage, sondern nur um die 900 Euro. Wer sich jetzt denkt, das ist ein teures Mainboard, dann wartet erstmal ab, was das Board alles bietet. Ihr könnt es ja teilweise schon sehen. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Videos. Als erstes werfen wir einen Blick auf diese Verpackung. Ihr seht schon, der Karton alleine ist riesig. Hier einfach mal gerade die Verpackung eines Core E5-13600K. Ihr seht schon, das sind andere Dimensionen. Und wir schauen nochmal, was sich auf der Rückseite befindet. Übrigens, die Verpackung samt Inhalt wiegt über 4 Kilo. Und wenn wir hinten schon drauf gucken auf die Spezifikationen, was das Board alles so kann. Ihr seht schon, es ist halt wirklich viel, was das Board kann. Und darauf gehen wir jetzt gleich nochmal ein. Wir gucken aber mal, was ist denn so ein Lieferumfang bei einem Workstation Mainboard. Wir klappen das Ganze übrigens so auf. Schon mal sehr cool. Im Lieferumfang haben wir... Ja, das ist eine gute Frage, was das ist. Ich blende es euch mal ein. Sieht wie eine I.O. Blende aus. Und ein paar Schräubchen haben wir dabei. Dann haben wir natürlich das Board. Das versuche ich da mal heile rauszubekommen. Also das ist wirklich schwer. Also wer schon mal ein High-End Mainboard in der Hand gehabt hat, stellt euch das vor. Nur nochmal schwerer. Eine 3-Bit-CD haben wir dabei. Im Workstation-Bereich würde ich sagen, okay, macht noch irgendwo Sinn, wenn man es im Server verbaut. Denn Server haben oft noch ein Laufwerk drin. Dann das Handbuch. Das brauchen wir gleich auch, weil das Board hat so viele Funktionen. Da muss man einen Blick reinwerfen. Dann haben wir hier die Halterung für die CPU zu verbauen. Also CPU plus Kühler und so weiter. Dann haben wir für die Anschlüsse an den Frontpanel nochmal den Q-Connector. Und dann haben wir nochmal einen Rahmen zur Montage. Ich frage mich, warum wir zwei haben. Wir haben noch mal einen Sockel. Muss ich mir mal den Unterschied angucken. Und ich blende es euch dann ein. Warum es zwei gibt? Wahrscheinlich, oder vermute ich mal, weil man ja zwei unterschiedliche CPUs drauf verbauen kann. Einmal die 2000er, einmal die 3000er. Dann haben wir noch SATA-Kabel. Insgesamt vier Stück. Das ist schon mal mehr wie bei so einem anderen Board. Dann haben wir noch einen Temperaturfühler. Wenn ich es richtig sehe. Wenn ich falsch liege, blende ich es euch ein. Und nochmal ein paar Schräubchen. Ich packe jetzt mal alles wieder ein. Und würde sagen, wir werfen einen Blick aufs Board. Fangen wir an. Und ich kann es einfach nur so ausdrücken. Ich hoffe, ich vergesse hier nichts euch zu zeigen. Das Board hat wirklich viele Features und viele Anschlüsse und so weiter und so fort. Ihr seht es ja schon. Aber kommen wir mal zu einem der wichtigsten Punkte. Wir haben ja insgesamt sieben PC-Express X16-Fach-Slots. Alle diese sieben Slots können PC-Express 5.0. Das ist ja schon mal eine richtige Hausnummer. Muss man einfach so sagen. Und jeder dieser Slots hat 16 Lanes. Überlegt euch das mal. Denn der Prozessor, also die größte Version, beziehungsweise die 3000er-Generation, kann insgesamt 112 PC-Express Lanes mit PC-Express 5.0 bereitstellen. Das kann man sich im Mainstream ja gar nicht vorstellen. Würde ich einfach mal so behaupten. Wenn ihr eine 2000er-CPU verbaut, dann ist es so, dann habt ihr nur 64 Lanes, aber immerhin. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze dann angebunden ist. Ich denke mal, Bilder sprechen mehr wie Worte in dem Fall. Und dementsprechend blende ich euch einmal hier, beziehungsweise zeige ich euch einmal die Lane-Aufteilung hier im Handbuch. Und da seht ihr schon, wie es aussieht mit den jeweiligen CPUs. Und dann kommen wir auch noch zu den M.2-SSDs. Hier können wir ja auch zahlreiche M.2-SSDs verbauen. Zum Beispiel hier, hier, dort und ich glaube noch woanders. Da steckt sich auch noch ein Slot. Schauen wir uns aber nachher nochmal an. Und ich zeige euch mal, wie die angebunden sind. Hier seht ihr das auch einmal eingeblendet. Und ihr seht schon, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist eine ganz andere Liga. Ich bin gerade das Video am Schneiden und muss nochmal etwas korrigieren. Und zwar ist es so, dass die oberen M.2-SSDs angebunden sind über den Prozessor. Und wenn ihr ein W3400 verbaut, dann sind diese mit PCXS 5.0 angebunden mit jeweils vier Lanes. Dieser Slot läuft über den Chipsatz und hat daher nur PCXS 4.0. Sobald ihr eine Xeon W2400 CPU verbaut, könnt ihr diese beiden Slots nicht benutzen. Ich zeige es euch nochmal im Handbuch für all diejenigen, die es gerne selber sehen möchten. Und dementsprechend ist das dann so eine Sache und ihr könnt das Ganze nicht benutzen. Ist ein bisschen schade, finde ich. Ich hätte es cool gefunden, wenn man das Ganze selbst einstellen hätte können mit einem Switch. Ist aber leider nicht möglich. Des Weiteren laufen auch die SATA-Anschlüsse und die SHS-Anschlüsse über den Chipsatz. Und dementsprechend sind die SHS auch nur mit PCXS 4.0 angebunden. Sollte man vielleicht auch mal wählen. Je nachdem, wann ihr in Zukunft das Video seht, ist es, denke ich, hilfreich. Und ich wollte auch noch was sagen zu den Anschlüssen fürs Frontpanel. Wir haben hier einmal einen USB 3.2 Generation 2. Und dann noch einen 3.2 Generation 1. Und USB 2.0 haben wir unten auch noch. Dann nochmal, was auch wenn ihr es eingeblendet habt. Dieser Rahmen, den ich euch eben gezeigt habe im Zubehör. Der kommt hier so aus Bord. Hier könnt ihr dann nochmal Lüfter montieren, wenn ihr das möchtet. Die Schrauben liegen auch dabei. Und das soll es für die Korrektur gewesen sein. Jetzt geht es weiter. Was vielleicht auch interessant ist, die Lüfteranschlüsse. Wir haben ja insgesamt neun Anschlüsse. Und es ist nicht wie bei den Mainstream-Boards, dass sie bei Asus nur 12 Watt können. Hier sind es 36 Watt. Und 36 Watt, da kann man schon was anklemmen. Muss man definitiv so sagen. Und es ist wirklich erstaunlich. Aber wir haben ja nicht nur die Anschlüsse. Wir haben ja auch besondere Sachen, wie zum Beispiel einen SD-Karten-Slot. Wo man dann unter anderem die Virtualisierung drauf installieren kann. Oder wir haben, das zeige ich euch auch mal. Boah, das Board ist wirklich schwer. Hier die SAS-Anschlüsse. Falls ihr SAS-Platten verbauen wollt. Insgesamt acht SATA-Anschlüsse. Dann nochmal ein Anschluss für die Stabilisierung des Boards. Also bei den PC-Express-Slots. Hier haben wir auch nochmal einen. Und natürlich zwei 8-Pin EPS. Hier oben, wie ihr sehen könnt. Und dann haben wir auch noch, zeige ich euch auch, noch einen zweiten Anschluss. Das heißt, ihr könnt im Prinzip auch zwei Netzteile anschließen. Wenn ihr das denn möchtet. Also es ist wirklich Wahnsinn. Antaster haben wir, Reset-Taster. Verschiedene Taster für OC. Weil mit dem Board können wir ja auch die X-CPUs übertakten. Also die CPUs, wie zum Beispiel den 3495X, den man übertakten kann. Lüfteranschlüsse, wie gesagt, findet ihr auch on-masse hier auf dem Board. Und auch gut verteilt. Hier haben wir drei. Hier haben wir nochmal einen. Und dann haben wir hier noch einen. Und hier unten haben wir auch nochmal welche. Also wirklich Wahnsinn, was das Board hier bietet. Und natürlich die Spannungsversorgung ist auch wirklich Wahnsinn. Schaut euch auch mal die Spezifikationen an. Ich denke, ich werde irgendwas vergessen, weil das Board halt so viel bietet. Dann werfen wir mal einen Blick auf den Sockel. Übrigens sind da Schrauben drüber, damit das Ganze gesichert ist. Und ihr seht hier einmal den Sockel. Ich hole es mal näher ran, das Board. Also wirklich Wahnsinn. Nochmal größer wie Sweatripper. Und hier seht ihr dann auch nochmal, wofür die ganzen Anschlüsse sind. Haben sie hier einen schönen Aufkleber aufgebracht. Und das bringe ich jetzt direkt. Das bringe ich jetzt direkt wieder auf, bevor mir da ein Missgeschick passiert. Ihr habt es gesehen, gerade wäre es schon fast so weit gewesen. Vor allem wenn man eine Kamera vor sich hat, muss man da ein bisschen aufpassen. Was die IO-Anschlüsse angeht, schauen wir uns auch mal an. Und zwar ist es so, dass wir ja hier einen internen Grafik-Chip drauf haben. Das heißt, ihr habt nochmal eine interne Grafikkarte oder Grafik-Chip, kann man es eher nur ausdrücken. Aber es ist nicht für 3D-Anwendungen. Dementsprechend für viele wahrscheinlich uninteressant. Dementsprechend haben wir auch einen VGA-Anschluss. Das heißt, ihr könnt hier einen Monitor anschließen. Ihr bekommt auch ein Bild, aber wirklich Power habt ihr damit nicht. Das sollte klar sein. Dementsprechend haben wir auch keinen HDMI- oder Display-Port-Anschluss. Für den Audio-Genuss ist natürlich alles geboten. Sage ich euch auch gleich nochmal oder blende ich euch ein, was für ein Sound-Chip hier verbaut ist. Dann haben wir einen 20-Gigabit-USB-Typ-C-Anschluss, einen 10-Gigabit-Typ-C, dann nochmal vier Typ-A und natürlich zwei USB-2.0-Anschlüsse. Ja, macht Sinn. Dann haben wir nochmal einen BIOS-Taster. Das heißt, ihr könnt sogar bei dem Board ein neues BIOS flashen, obwohl ihr keine CPU habt. Und ihr könnt das BIOS resetten. Was auch ziemlich cool ist, wir haben zweimal 10-Gigabit-Anschlüsse. Und jetzt kommt was, das kennt ihr aus dem Mainstream nicht, aber das gibt es im Server-Segment sehr oft oder ist quasi Standard. Wir haben einen Management-Port. Das heißt, über diesen Management-Port könnt ihr das BMC bedienen. Und im BMC habt ihr bestimmte BIOS-Konfigurationen, können Sensoren auslesen. Und das könnt ihr auch ohne, dass ihr an diesem Rechner sitzt. Ihr müsst nur im gleichen Netzwerk sein oder das Ganze nach außen irgendwie verfügbar machen, wie auch immer. Das ist wirklich sehr, sehr cool und auch sehr nützlich. Vor allem, wenn ihr das Ganze als Mischung zwischen Workstation und Server benutzen wollt. Also für eine Virtualisierungssoftware wie VMware, Hyper-V und so weiter. Dann schauen wir uns auch nochmal die Rückseite an. Ihr seht, hier ist die Folie drauf. Ich bin jetzt mal so frech und ziehe die ab. Das Board muss ja leider zurück. Aber ja, es ist Folie. So fühlt sich das dann an, wenn man das bei so einem fetten Board macht. Also wirklich Wahnsinn, das Ding. Und ihr seht auch, die Backplate ist wirklich fett. Und wir schauen uns nachher auch mal an, ob denn da Wärmeleitpads zum Einsatz kommen. Sieht mir nicht so aus. Dient wahrscheinlich eher zur Stabilisierung. Und ich finde das Board wirklich sehr, sehr schick. RGB-Beleuchtung haben wir hier selbstverständlich nicht. Das müsst ihr nicht erwarten bei so einem fetten Board. Und ich wollte euch auch noch sagen, was für ein Soundchips zum Einsatz kommt. Und zwar ist das ein Realtek S1220A. Nicht das Beste auf dem Markt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ist schon okay. Und ich denke auch, viele werden da gar nicht so drauf bauen. Denn wahrscheinlich kommt da eine andere Soundkarte rein. Zumindest in unserem Segment, wenn man es wirklich als Workstation-Board benutzt. Ansonsten nochmal, um das für die Ewigkeit nur festzuhalten, zeige ich euch nochmal hier die Spezifikation im Handbuch. Ich blätter mal um. Denn wenn das Board irgendwann mal nicht mehr verfügbar ist und die Herstellerseite nicht, dann ist zumindest das Video verfügbar. Und man kann hier nochmal im Prinzip nachblättern, indem man vorspult. Ich denke, das macht für den einen oder anderen Sinn. Denn so Server-Boards kann man auch vielleicht mal ein paar Jahre länger benutzen. Das soll es auch schon gewesen sein. Zumindest für die Rundum-Übersicht. Falls ihr noch irgendwas wissen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir können auch mal darauf eingehen. Ich mache Fotos von dem Board. Selbst wenn ich das wieder zurückgeschickt habe, können wir da nochmal ein separates Video zu machen. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir uns erstmal die Spannungsversorgung an. Ja, kommen wir zur Spannungsversorgung. Ihr seht schon, ich habe soweit alles auseinandergenommen. Man sieht hier auch nochmal die M.2 Slots. Ich habe die Blenden, also den unteren Kühler der M.2 Slots auch abgemacht, weil darunter befinden sich auch noch ein paar Chips. Was cool ist, wir haben hier auch wieder die Q-Ledge. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ihr legt im Prinzip die M.2 Slots ein und dann könnt ihr im Prinzip verriegeln, indem ihr das rüber schiebt. Das ist ziemlich praktisch und so sieht das Ganze dann aus. Aber man kann es halt auch abmachen. Ich mache es natürlich später wieder ran. Zur Spannungsversorgung. Wir haben hier insgesamt 16 Power Stages auf der Seite. Meines Wissens nach, nagelt mich nicht darauf fest, sind 14 dafür für die CPU-Spannungsversorgung zuständig. Zumindest schreibt Asus auf der Homepage 14 plus 1 plus 1. Wir haben hier oben aber auch nochmal vier Phasen. Die könnten allerdings auch für den Speicher sein. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Und wie gesagt, 14 Power Stages für die CPU und die haben jeweils 90 Ampere. Jetzt denkt der eine oder andere sich, im Mainstream-Bereich haben wir ja auch noch stärkere Power Stages. Ja, das mag vielleicht sein. Allerdings haben wir da nicht so einen Kühler. Und das Board werdet ihr wahrscheinlich, oder die meisten werden es wahrscheinlich, in den Gehäuse verbauen, wo ein ausreichender Luftstrom vorhanden ist. Und dann wird das Ganze gut gekühlt. So ist es ja auch im Server-Bereich. Und das sollte auf jeden Fall reichen. Ja, es gibt CPUs, die liegen bei 450 Watt. Wenn ihr nochmal übertackert, noch wärmer. Allerdings habt ihr dann auch LN2 im Einsatz. Wenn ihr schon zwei Netzteile verbaut, würde ich einfach mal behaupten. Und dann ist hier die Kühlung gar kein Problem. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Hier die vier Phasen. Die haben 70 Ampere Power Stages. Ich blende euch auch die ganzen Bezeichnungen ein, beziehungsweise habe sie hier schon eingeblendet. Dann kommen wir zu den Controlern. Wir haben hier insgesamt, zumindest habe ich insgesamt, drei PWM-Controller gefunden. Und zwar einmal hier, dort und dort. Ich habe mich gerade nochmal etwas schlau gemacht. Dementsprechend gibt es hier mal eine kurze Unterbrechung. Und ihr seht mich jetzt in einer anderen Perspektive, beziehungsweise seht mich überhaupt. Nochmal was zum PWM-Controller. Wir haben ja den PWM-Controller, der direkt neben den 16 Phasen liegt. Der ist ja unter dem M.2-Slot unter dem Kühler. Und das ist ein Infineon XDP-E15-2C4D. Der kann zwölf Phasen steuern. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die 14 Power Stages im Prinzip nicht 1 zu 1 anliegen, sondern dass das Ganze in einer Team-Power Stages-Konfiguration läuft. Das heißt, es laufen immer zwei Power Stages gleichzeitig. Und dann haben wir ja noch die 1 plus 1 Phase, also die zwei zusätzlichen. Und dementsprechend schätze ich und vermute, dass wir hier eine 7 plus 1 plus 1 Phasen-Spannungssaison haben. Anderen Controller habe ich an dieser Stelle nicht gefunden. Wir haben zwar auf der anderen Seite nochmal einen Controller, der kann 8 Phasen steuern. Das ist dieser hier. Ich lese ihn jetzt nicht vor, weil sonst das Video zu lang wird. Und dann haben wir nochmal einen weiteren. Blende ich euch auch gerade nochmal ein. Der ist ja im Prinzip neben dem 8-phasigen PWM-Controller. Wie das Ganze jetzt hier genau konfiguriert ist, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht weiß der ein oder andere mehr von euch. Ich wollte es euch aber nochmal zeigen. Und ihr könnt da gerne, falls ihr mehr Infos habt, das Ganze in die Kommentare schreiben. Und am besten mit einem Link, also mit einem Nachweis. Und wenn ich das Ganze oben nochmal anpinnen, damit es dann auch alle mitbekommen. Und übrigens seht ihr auch, wie viel M.2-Sects wir verbauen können. Insgesamt drei Stück mit PC-XS 5.0, wie gesagt. Und wir können uns auch nochmal die Rückseite anschauen. Da seht ihr nochmal die Rückseite vom Mainboard ohne Kühler. Ich denke mal, das interessiert den einen oder anderen auch. Ich blende euch aber auch nochmal ein paar Bilder ein. Ich habe hier ein paar Bilder mehr gemacht wie sonst, weil sowas hat man ja nicht immer in der Hand. Und ich muss sagen, wirklich krasses Teil. Übrigens, hier, das ist ein LAN-Controller, der dann die 2x10 Gigabit bereitstellt. Also auch wirklich krass, was da geboten wird. Und das für das Geld. Ich meine, ihr kennt ja Mainboards im Mainstream-Bereich, die einen deutlich kleineren Sockel haben, die deutlich weniger Lanes hier bereitstellen. Auch wenn es von der CPU kommt, dennoch müssen ja die Kontakte da sein. Und die kosten das gleiche oder mehr. Also, Hut ab vor dem Board. Ich finde es wirklich geil, kann ich einfach nur so sagen. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu meinem Fazit. Und ihr könnt euch sicherlich schon denken, was mein Fazit ist. Auch wenn es das Video noch etwas länger macht, wollte ich euch nochmal was zum Chipsatz erzählen. Wird den einen oder anderen vielleicht auch interessieren. Ihr seht ja hier im Prinzip, wann der Chipsatz rausgekommen ist. Die Verlustleistung ist wirklich sehr gering, 6 Watt. Und wer sich fragt, kann der Chipsatz PC-XS 5.0? Nein, das kann er nicht. Das seht ihr hier unten auch. Er kann nur 4.0 und er ist auch nur mit 4.0 zur CPU angebunden. Das dann allerdings mit 8 Lanes. Immerhin. Ansonsten haben wir 28 Lanes zur Verfügung. Und ihr könnt euch auch gerne nochmal hier alles genau anschauen. Ich werde jetzt hier nicht auf alles eingehen. Ich wollte es trotzdem nochmal erwähnt haben, was denn da so möglich ist. Ihr seht auch nochmal bei den USB-Ports, was der Chipsatz so kann. Und er kann auch PC-XS 3.0. Je nachdem, was ihr anbindet oder je nachdem, was der Hersteller angebunden hat, ist es so, dass er sich da aussuchen kann, wie er es anbinden möchte. Wie gesagt, schaut es euch gerne nochmal an. Ich möchte das Video hier nicht noch länger machen als nötig. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Am Ende kann ich sagen, was für ein Brett. Ich hebe es hier nochmal gerade hoch und ihr seht es mal im Vergleich mit mir. Also das ist wirklich ein Brett. Ein richtiges Brett. Ja, es ist etwas teurer, 1200 Euro. Aber ihr müsst auch überlegen, was wir hier für geboten bekommen. Wir haben einen riesen Sockel. Wir haben 8 RAM-Slots. Eine gute Spannungsversorgung, die wir alternativ nochmal zusätzlich kühlen können. Wir haben zahlreiche Anschlüsse. Wir haben viele PC-Express-Slots, die dann noch alle mit PC-Express 5.0 angebunden sind. Das heißt, es liegen auch die Lanes da. Wenn ihr das Ganze mal vergleicht mit dem Mainstream-Bereich und euch überlegt, was da die Boards teilweise kosten, ist das wirklich ein Preis-Leistungs-Kracher. Auch wenn sich das jetzt wirklich heftig anhört. Aber im Prinzip ist es ja so. Übrigens nochmal als Hinweis, oben der Aufkleber. Den kann man ganz einfach lösen. Da bleiben keine Rückstände. Ansonsten würde ich sagen, auch wenn ich jetzt keine CPU hatte, das Mainboard ist auf jeden Fall wirklich gut. Es bietet vieles. Die Spannungsversorgung wird auch für eine große CPU ausreichen. Wenn denn die Spannungsversorgung zu warm werden sollte, dann kann man nochmal optional oben das Mounting-Kit für die drei Lüfter drauf schnallen. Und dann wird es was kühler sein. Wenn ihr das in einem Servergehäuse habt, dann habt ihr eh genug Luftstrom. Bei Gehäusen wird es schwierig. Es wird zwar als E-ATX angegeben, allerdings muss man da wirklich auf die Breite achten. Bei dem Thermaltake View 71, was ich drin habe, könnte man die äußeren Schrauben hier nicht benutzen oder die Löcher nicht benutzen. Das Ganze so verschrauben, sondern müsste dann das Ganze nur in der Mitte verschrauben oder könnte das Ganze nur in der Mitte verschrauben. Und ich bin wirklich ein riesen Fan von diesem Board und ich würde es so gerne einbauen, wenn ich denn die Kohle für eine CPU und für Arbeitsschweige hätte. Würde ich das auf jeden Fall machen, auch wenn ich die Leistung nicht brauche. Ich bin da wirklich Enthusiast und da geht mir das Herz auf bei so einem Mainboard, muss ich einfach sagen. Dennoch finde ich es irgendwo schade, dass wir die zwei 1.2 Slots, die PCX 5.0 bieten, nicht benutzen können, wenn wir eine W2400 CPU verbauen. Ich hätte es cool gefunden, das gab es ja schon mal bei dem einen oder anderen Board, wenn man dann einfach mit einem Switch einfach quasi ein PCX-Slot ausschalten kann und dann die 1.2 Slots anschaltet. Wäre cool gewesen, aber man kann ja nicht alles haben, wie man so schön sagt. Auch der Soundchip ALC1220 hätte man vielleicht den 4080 nehmen können, aber ich gehe davon aus, wenn denn jemand von euch hier als Zuschauer das für ein Gaming-System oder Gaming-Workstation-System benutzt, dann würde er wahrscheinlich, wenn er schon so tief in die Tasche greift, auch eine dedizierte Soundkarte einbauen. Gehe ich mal davon aus. Ansonsten, ich gucke mir gerade nochmal das Board an. Ja, an den Anschlüssen, da habe ich nicht viel zu kritisieren. Gut, den VGA-Anschluss kann man sich vielleicht sparen, aber wenn jemand denn da wirklich mit virtualisieren möchte, dann macht es schon Sinn, obwohl ich das Board nicht in diesem Bereich sehe. Vielleicht seht ihr das anders. Virtualisieren kann man. Vielleicht ein Bastler von euch, der da einfach mal reinschnuppern will mit Hyper-W oder auch mit VMware. Da kann man das natürlich machen und man kann dann das Ganze sogar noch übertakten. Also viele OC-Features haben wir und was halt auch cool ist, wir können zwei Netzteile anschließen. Das braucht man wahrscheinlich auch, soweit ich gelesen habe. Da gab es den einen oder anderen schon, der den 56 gerne bis ans Limit gebracht hat. Und dann sind wir schon bei, ich glaube über 1400 Watt waren es oder 1500, ich weiß es nicht. Und dementsprechend braucht man da auch schon zwei Netzteile. Für ein Benchtable, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass ich es so vor mir liegen habe. Ich würde es auch gerne an die Wand hängen, weil es halt einfach so ein krasses Mainboard ist. Naja, ich will euch jetzt nicht zu lange aufhalten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Mainboard haltet. Und würdet ihr ein solches Konzept, wenn es für den Sockel Arm 5 oder den Sockel Tone 700 geben würde. Ja, ich weiß es gibt Pro-Mainboard, aber es ist so aufgebaut, wie das im Prinzip ist mit BMC und so weiter. Würdet ihr sowas feiern, würdet ihr das verbauen. Es gibt ja bei dem einen oder anderen Anbieter, zum Beispiel Hetzner, lassen ja extra Mainboards herstellen, die in diesen Bereich gehen und dann auch keine RGB-Beleuchtung haben. Also ich würde es feiern. Ich kenne auch noch ein, zwei andere, die es feiern würden, aber ich bin mal gespannt, ob ihr sowas auch cool finden würdet. Und nochmal was an Asus. Vielen Dank, dass ihr das Mainboard mir bereitgestellt habt. Zwei Daumen nach oben für das Board. Gerne mehr davon. Wie gesagt, auch gerne für die Mainstream-Sockel. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und vielleicht tickt Asus mir auch nochmal ein Pro-Mainboard für den Sockel Arm 5. Da würde ich mich auch freuen, wenn wir dann auch mal ein Pro-Mainboard nochmal testen würden. Denn ich finde die Dinge einfach geil. Das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Können wir nochmal im Nachhinein darauf eingehen. Bis zum nächsten Mal, Tobi. Ciao, ciao. Zum Vergleich habe ich gerade mal das Asus ROG Rampage 6 Extreme Encore ausgepackt. Und einfach mal hier die Sockelabdeckung abgemacht, um mal zu vergleichen, wie das Ganze aussieht. Und ihr seht schon, der Sockel 2066 sieht wie ein Spielzeug gegen diesen Sockel aus. Jetzt gibt es mal im Vergleich das Asus ROG Sinise 2 Extreme Alpha. Dementsprechend, das ist der Threadripper Sockel. Oder auch SP3 genannt, den gibt es ja aktuell auch noch. Und hier haben wir 4094 Pins gegen die 4677. Der Unterschied ist jetzt nicht mehr so groß, aber man sieht generell doch schon einen Unterschied. Der Sockel 4677 ist ein bisschen länger. Und die Aufteilung ist natürlich auch anders. Es sind auch andere CPU-Hersteller hier. Und dementsprechend nicht verwunderlich. Was ich besser finde beim Threadripper, also im SP3, wir haben hier so eine Schutzkappe drüber. Und wir haben dann nochmal die Klappe, um die CPU einzulegen. Und dann wird das Ganze hier nochmal orientiert. Das haben wir bei dem Sockel so nicht. Die Montage ist ein bisschen anders. Würde ich euch gerne zeigen. Leider habe ich keine CPU, denn da fehlte das Kleingeld für. Denn hierfür wäre sicherlich am interessantesten eine 3000er CPU gewesen. Oder eine 2000er, die wir zumindest übertacken können. Aber da liegen wir dann bei mindestens 1200 Euro. Das ist ein bisschen anders.